Und dieser Aufgabenstellung muss sich vielleicht der Wahlsieger der CDU stellen, nämlich Kai Wegener. Man weiß es noch nicht, ob er die neue Regierung anführen wird, aber Michael Strempel hat vorhin mit ihm gesprochen. Kai Wegener, herzlich willkommen. Spitzenkandidat der Union, 10 Prozentpunkte hinzugewonnen und dann wahrscheinlich doch auf der Oppositionsbank sitzen bleiben. Wie frustrierend ist das? Auch heute ist das erstmal gar nicht frustriert. Wir haben ein tolles Wahlergebnis für die Berliner CDU bekommen. Wir haben einen Vertrauensvorschuss von den Berlinerinnen und Berliner bekommen. Die Berliner haben den Wechsel in Berlin gewählt. Wir haben einen klaren Auftrag zur Bildung einer neuen Landesregierung. Und wir werden in den nächsten Tagen Gespräche führen, weil diese Stadt braucht jetzt schnell eine stabile Regierung. Eine Regierung, die gemeinsam zusammenarbeitet, wo sich jeder auch mal einem anderen den Erfolg gönnt. Und wir brauchen eine Regierung, die die Probleme in dieser Stadt endlich anpackt. Das ist in den letzten sechs Jahren viel zu wenig passiert. Jetzt sagen Sie, Sie haben einen klaren Auftrag. In Deutschland gibt es aber sowas gar nicht, dass es eine offizielle Regierungsbeauftragung gibt, sondern die Parteien bekommen Stimmen. Und dann guckt man, wie im Parlament eine Mehrheit gefunden wird. Und da kann es Ihnen ja einfach leicht passieren, dass die alte Mehrheit sagt, zusammen reicht es noch, wir machen weiter. Parlamentarische Geflogenheit ist es schon oft gewesen in Deutschland. Was spricht dagegen, dass das Berlin auch so macht? Na, erstens ist der Abstand zu den beiden Zweitplatzierten sehr deutlich. Die CDU hat mehr als 10 Prozent oder knapp 10 Prozent Vorsprung vor den beiden Zweitplatzierten. Das ist ein deutliches Votum der Berlinerinnen und Berliner. Und das alles Entscheidende ist, dass alle drei Regierungsparteien verloren haben. Die Berliner wollten einen Wechsel, sie wollen Veränderung. Und jetzt muss es Gespräche geben, wie wir eine neue Regierung zusammenstellen. Man kann jetzt nicht einfach so tun, als ob diese Wahl gar nicht stattgefunden hat und alles bleibt so, wie es ist. Die Berliner haben deutlich gemacht, dass sie das nicht wollen. Und ich glaube, das Entscheidende ist jetzt, und das nehmen wir ja auch zur Kenntnis durch diese Zahlen, viele Berlinerinnen und Berliner haben das Vertrauen verloren, Vertrauen in die Politik hier in dieser Stadt. Und dieses Vertrauen müssen wir gemeinsam zurückerarbeiten. Das sind jetzt aber alles Appelle an einen möglichen neuen Partner, sich quasi ins Schicksal zu fügen. Zwingen können sie die nicht. Und sie müssen inhaltliche Angebote machen. Es gab einen total polarisierten Wahlkampf. Die Union hat da kräftig zugelangt, ist dafür ja auch belohnt worden. Aber die Partnersuche macht das jetzt schwerer, wenn sie die anderen verprellt haben in den Wochen vorher. Es war ein intensiver Wahlkampf, wo die Unterschiede zwischen den Parteien sehr deutlich geworden sind. Und wo die Berlinerinnen und Berliner auch klare Angebote gehabt haben und auch politische Konzepte wählen konnten. Aber der Wahlkampf ist jetzt vorbei. Jetzt geht es um Verantwortung für Berlin. Es geht um Berlin, dass diese Stadt eine Regierung bekommt, die die Probleme anpackt. Und dafür wird es jetzt Gespräche geben. Und ich bin auch zuversichtlich, dass diese Gespräche gut verlaufen werden. Jetzt ist mir schon vollkommen klar, dass Sie nicht mit mir Koalitionsverhandlungen führen. Das wäre auch ein bisschen widersinnig. Aber erklären Sie den Zuschauern und Zuschauern doch mal, nehmen wir erst mal die Grünen. Wo würden Sie denn sagen, da ist ein Ansatzpunkt, da finde ich was gemeinsam, da können wir zusammen starten? Wenn ich mir die Karte dieser Stadt anschaue, dann sehe ich ganz, ganz viel Schwarz. Und ich sehe einige grüne Wahlkreise im inneren S-Bahn-Ring in der Innenstadt. Und ich glaube, eine wichtige Aufgabe in den nächsten Jahren wird es sein, die Spaltung der Stadt zu überwinden. Innenstadt gegen Außenbezirke, Mieter gegen Vermieter, Auto gegen Fahrrad, Alt gegen Jung, vieles mehr. Und wir müssen diese Stadt wieder zusammenführen. Das ist eine wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre. Und gerade im Wahlkampf habe ich gespürt, dass beim Thema Verwaltungsreform die Grünen durchaus Vorschläge haben, die ich interessant und spannend finde. Wo wir viele Gemeinsamkeiten haben, wie wir diese Berliner Verwaltung zum Laufen bringen. Es klingt für mich auch so, als wären die Grünen für Sie gerade der interessantere Partner als eine SPD, mit der Sie das in unterschiedlichen Koalitionen ja schon mal versucht haben. Ich gehe da völlig ergebnisoffen ran. Ich biete beiden Parteien Gespräche an. Und ich habe da keine Präferenz und auch keine Vorfestlegung. Weil das Entscheidende, warum die Berlinerinnen und Berliner auch diese Politik abgestraft haben, ist, dass diese drei Parteien in den letzten sechs Jahren auf offener Bühne gestritten haben. Und das möchte ich nicht. Wir tauschen uns jetzt auf Augenhöhe aus und dann schauen wir, was möglich ist. Und ich bin da sehr gespannt, sowohl auf die Gespräche mit der SPD als auch mit den Grünen. Eine Einladung also des CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner. Wir sind gespannt, wie es weitergehen wird. Danke für das Gespräch heute Morgen. Vielen Dank. Vielen Dank.